Oh Gott. Und damit willkommen zurück zu Bobbens Clan Wars. Mal ohne Dach. Mit ein bisschen Fantasie. Sieht das so ein bisschen aus wie ein Krokodil, das von unten rechts nach oben links so aus dem Wasser kommt. Kleines Krokodil. Unter dem grünen Eil so die Augenpartie. Ja, ja. Was ist denn das auf der linken Seite? Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Nee, mir auch nicht. Genauso beschissen wie auf der rechten Seite. Benny, Mario, Mario, fast. Benny. Ja, aber du könntest rechts vor mir dran sein. Natürlich nicht. Ja, doch könnte. Oh, da könnte es jetzt leer werden auf der Seite. Kannst du bitte wenigstens beide von Benny mitnehmen? Oder dir zumindest Mühe gehst. Einer reicht auch. Das waren nicht beide. Egal, einer reicht trotzdem. Nee, sehe ich anders. Du hast nur um Mühe gebeten, nicht um herausragende Leistungen. Die Mina rechts ist ein Blindgänger. Ja, fordere demnächst mehr. Nein. Boah, schade. Könnte aber trotzdem sein, dass der Dick vor meinem da unten rechts dran ist. Ich hoffe. Weil der Kleine, der da steht, der ist nämlich als Zweitei erst dran von meinem. Ich hab da mal... Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ich würde mich eher um den 146er kümmern. Und das bei Zeiten. Ja. Hoeeey. Hop dancing in the fire. Oh ja. Könnte jetzt durch das Feuer tatsächlich gestorben sein. Ja. Bin ich. Wow. Kein Problem. So, Gerd, jetzt nur noch du. Ha ha ha. Ha ha ha. Nick hat was eingesammelt und schweigt. Ja, das heißt nichts Gutes. Eigentlich heißt das gerade überhaupt nichts. Ach so, ja dann. Guckst du einmal, wo die liegen bleibt, Nick? Hm. Nix so. Nick wollte eigentlich zu dem roten Stein da werfen, der neben Gerd liegt. Dass der dann aber so viel Kraft hat, die neue Granate. War halt ein dicker Wurm, ne? Ja, aber trotzdem. Oh. Benni, die hast du gefangen. Ja. Tja, Problem ist, dass Mayo da aber nicht mehr hochkommt. Die Bitte ist aber zum Verhängnis. Doch, Mayo kommt aber wieder. Hatte einen Lack, ey. Pure Sonne. Das ist jetzt. Ja, genau die. Verschwende die. Genau. Relativ einfach. Ja. Bleib schön im Wasser schlägen. Ja, ja. Das ist natürlich der falsche dicke Wurm dran. Ja, Gerd, du hattest mal mehr Glück in dem Spiel. Oh. Oh, grüß, Mayo. Lach noch. Äh. I believe. Lach bitte noch mal. Hahaha. Guck mal, ich bin bei dir. Brilliant. Tja, und dann Nick vor uns beiden dran. Das müssen wir da gleich beide weg. Das macht nichts. Aber du bist gut geflogen. Sah gut aus. Ja. Hättest du den Meter auch noch fliegen können? Nein. Oh, da rechts geht die Linie. Das wäre natürlich doof jetzt, wenn die da drin landen würden. Versuchst du den Woodpecker nachzusynchronisieren? Hör auf zu lachen. Ich lande aber nicht in der Mine. Boah, okay. Nicht ansatzweise. Nein. Also. Glaube, da ein komisches Brötchen ist die nicht bekommen. Da waren zwei Buttaken. Ja, die sind die nicht bekommen. Wow. Fähig. Alles gut. Oh, das probier ich mal. Was? Okay. Was ist denn beim Nick unten? Geh doch weg, ey. Ist doch nicht wahr jetzt, oder? So. Was bin ich denn beim Team? Jetzt hast du die Schocks auf Rache. Oh, nee, ey. Ist doch nett, oder nicht? Ist doch scheiße, ey. Ist doch nett, oder? Ist doch nicht scheiße, ey. Sag mal artig Dankeschön. Blöder Kackarsch, ey. Du bist doch so kacke, ey. Dank dich bei Mayo. Es ist unglaublich. Es war gut. Vor allem mit Vorankündigung. Boah, ey. Weißt du, so ein... Boah, Mann. Das hatte viel Schönes. Du bist so eine Kackstelze, ey. So fassbar. Ja, das war nicht strafbar dafür. Ich habe Gerd dazu benutzt, mich an dir zu rächen. Hat doch gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das überlebe ich. Und? Es ist ein ungewöhnlich wenig Leben verbleibend, dafür, dass wir hier noch nicht so lange spielen. Das stimmt, ja. Das ist doch nicht wahr, oder? Lösch-Trupp. Da hätte irgendwie mehr passieren können. Jetzt ist mir das egal, ob die Mine da ist, oder nicht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich den Benni da direkt wegkriege. Natürlich nicht. Leider war. Ich schiehe dann mal. Ja, ja. Ja, du könntest direkt zu Gerd weiter fliegen, weil der hat echt noch ein bisschen viel Leben. Und hier haben irgendwie passt gar nichts. Aua. Du willst auch nicht mehr. Ach, scheiße. Weil die da jetzt natürlich doof stehen und schreien, töte mich. Ja, ich weiß. Und Gerd fängt jetzt an. Nein. Oh, Mann. Ja. Ja. Ja, schön. Oh, Mann. Tut da leid. Gerd und das Pupski sind best friends. Nicht andersrum abprallen können, nach links. So wie es geplant war. Nee, kümmert nicht mal um Gerd. Er hat eh auch viel zu viel. Ja. Ihr stört nur langsam. Du störst hier oben. Was will ich denn jetzt mit dem hier unten? Na, ich gehe es zu denen. So viel ist aber mal sicher. Nee, da gehe ich nicht hin. Oh, du kannst eigentlich machen. Ist doch sowieso ein Blindgänger. Ist ein Blindgänger, fragt Mario. Der kennt sich damit aus. Das geht doch endlich hoch, Mann. Komm, Hayo. Da geht noch was. Wirf auch noch was hinterher. Oh. Oh. Oh Gott. Wow. Naja, jetzt ist er immerhin weg. Jetzt kann er beim nächsten Mal schon nicht mehr stören. Das war anders geplant. Das ist eine verdammt gute Idee. Da gehe ich nämlich hoffentlich auf dem Ei hoch. Nee. Er schickt dich nämlich in die andere Richtung. Wenn du jetzt nicht gesagt hättest, verdammt gute Idee, dann hätte er das Blindgänger. Das war mir schon klar, dass ich bin. Oh. Okay. Ging jetzt irgendwie doch schneller als gedacht. Oh. Das ist aber doof jetzt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Dinamita so eine große Wirkung hat. Ja, stimmt. Nein, Benni, warum? Guck mal, wie schön das Ei auf dem Kopf ballern ist. Ja, das auf dem Kopf liegen und sind nicht vergiftet. Skill. Luck. Wer standen? Ähm. Ja, so geht's auch. Das war... Ja, sehr schön. Schade. Hat nicht gedacht. Plan war eigentlich, dass der da liegen bleibt und den 55er direkt noch mitnimmt. Ich glaube, das wird eine kurze Folge. Wir sind erst bei 12 Minuten. Das ist erschreckend. Ich bin dafür, es sollte immer Schaden geben. Für das Ei. Äh, wäre Mayo schon tot. Das war ein Fehler. Ich habe ja die Hoffnung, dass Gerd dir vielleicht eine Granate hochschickt ist. Warum muss ich jetzt eigentlich als erster sterben? Weiß ich nicht. Ach so, ja. Du hast schon so oft gewonnen heute. Genau, du hast so oft schon gewonnen heute. Ich kann ja nichts dafür, dass du nicht gewinnen willst, offensichtlich. Das ist richtig. Nee, ist klar. Weniger passiert, wie ich gedacht habe. Könnte auch fast sagen, gar nichts. Aber nur fast. Guck mal, wie später passiert. So, das habe ich jetzt erst mal gebraucht. Ach, schade. Wartest du auf dasselbe wie ich? Oh. Ja. Wie viel Ritis? Nee. Auch was anderes Nettes. Weil er gar jetzt doof steht. Ich habe das eh noch nicht. Ja, ich auch nicht. Doch, jetzt habe ich. Nein, runter von dem Ei. Ach, scheiße. War blöd, dass das Ei sich so schön bewegt hat, ne? Hat's wohl ein Ei am Wandern, was? Der kommt zu mir. Ich mach nicht. Ich komm zu dir und nehm nicht mit. Ja, das ist okay. Der rottet sich da jetzt aus. Nee. Hä? 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 Was? Dann rott ich dich halt gleich aus. Dann gehen wir zusammen. Wie kann das denn? Hä? Wir gehen zusammen, ist kein Thema. Hä, was denn? Der war sich doch gerade in die Luft am Sprengen. Nein. Hä? Nee, bei mir nicht. Bei mir hat er mit einem überlebt. Bei mir auch. Der war sich nicht. Ähm, in die Luft sprengen. Mann, da passiert hier wieder nichts. Das ist ja langweilig. Nein, töte nicht den 31er. Töte sie alle, wenn. Ich hab ihn ja auch nicht getötet. Dann wollen wir doch jetzt mal hoffen. Ich hab's dir heimgeteilt. Au! Ja, aber ich weiß, dass jetzt Gerd den Sieg geschenkt. Oh, Mayo. Mayo übernacht war, aber, äh, macht nix. Ich hab gut was mitgenommen. Das ist okay. Ich bin da unten am Arsch der Welt. Hallo? Ja, aber Gerd, ich auch. Stell ich gerade fest. Aber Mayo hat das Problem, dass er Gerd nicht trifft. Ja, das hab ich auch. Das war so, dass er auch Glück gehabt hat, dass sie gut gestreut hat. Muss man jetzt mal sagen. Ja. Kann ich nicht abstreiten. Das war so eine Runde, wo ich machtlos zu gucken musste. Es könnte jetzt ein Fehler gewesen sein. Verstanden! Weiß, weiß gar nicht. Kommt das Jetpad. Er mit seinem Controller, dann schmeißt er ihm die Banane dahin und dann fliegt er wieder weg. Weiß nicht, ob er die Banane schon hat. Natürlich hat er die Banane schon. Wenn ja, hat Benni ein Problem. Nee, ich hatte noch nicht. Dann noch nicht. Die Banane hab ich schon. Aber du hast kein Jetpack mehr. Ich hab kein Jetpack mehr. Ja, dann musst du die halt... Jetpack, genau. Dann musst du die halt so dahin schmeißen. Genau, dann schmeißt du die halt so dahin. Aber bitte auch so, dass sie da landet. Nein! Ja, die sind ja so unten genommen. Ja. Okay. Verdient gewonnen. Oh, viel Grün. Komisch. Ja, Meisterlittner-Schaden. Ja, bis zur nächsten Folge. Meisterlittner-Feuerschaden, ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.